Was ist das für eine Bibliothek? Wir haben vorgegeben, zu reden mit Reizen oder Rosa auf Russisch, Levit. Was für eine Bibliothek ist das? Das ist die Bibliothek, was gehört zum jüdischen Museum. Die Bibliothek ist in der letzten Zeit, dass sie nicht mehr in der Bibliothek sind. Und andere Menschen gehen bei uns hin. Was ist Ihre Meinung wegen der größten jüdischen Projekte? Die Bibliothek auf Gedimino? Ja, meine Meinung gesagt, dass sie in den jüdischen Instituten sind. In den jüdischen Bibliothek, in den jüdischen Museum, in den jüdischen Instituten sind. Das ist nicht nur in jüdischen. Die jüdischen können alle Finger ausrechnen, wie sie geblieben. Und von wem macht man das aus? Das sagt Geld, das sagt mir, das sagt Talant, das sagt... Das ist die jüdische Geschichte. Es ist eine liebliche Geschichte, das ist auch von Menschen. Aber dort darf man schon keine Arbeit. Und dort können sie die eigenen Arbeit. Und dann war es bei uns im jüdischen Museum, in etwa 20 Jahren, und wir hatten da noch zu großen Jäden, wie ein Exponat. Und dann war es mit Jäden. Er hat eine jüdische Kirche, die sich auf die jüdische Kirche befindet. Aber die jüdische Kirche sind nicht nur jüdische Kirche. Aber die jüdische Kirche sind auch nicht mehr. Das ist nicht so. Aber wir haben jüdische Kirche, die jüdische Kirche vor 20 Jahren. Sie sind nicht gewohnt. Aber wir brauchen jüdische Kirche. Welche Kirche imigrieren Sie von der Welt? Ein paar Jahre haben sie geklärt. Das ist ja, sie haben geklärt in Litte. Aber es ist nicht alle. Die Kinder haben sie erwähnt. Nur 10 oder 15 Wochen, aber nicht mehr. Was ist der allgemeine Zugang zu der Geschichte? Was hat passiert in der Mahoma? Die Litwinner wollen ein bisschen verbehalten. Sie wissen, dass alles sehr gut ist. Und wie die Häuptsmenschen vom Litte sagen, die Litwinner haben nicht geschossen. Sie haben geratet gegeben. Wer hat geschossen? Das sagt man nicht. Aber sie haben geschossen. Wie ich weiß, ist kein Deutscher noch nicht gewesen. Deutsche haben doch nicht geschossen. Aber nur die Litwischen Soldaten. Die weiße Bänder. Was lernt man in den Schulen wegen der Banditen, wegen der weißen Ohrenbändler? Die weißen Ohrenbändler sind die größten Helden vom litwischen Volk. In der Schule. Und viele, die sie lernen, die in dem Holocaust, wollten sie besser nicht lernen. Weil mir dachte ich, es gibt... Mir gibt immer die... Die haben die Fakten ganz anders, als es darf sein. Wie kann man besser machen, konstruktiv? Oh, das ist nicht besser. Die Kinder sind nicht so. Wir dürfen in Deutschland, in Winziger... ...hört mal zusammenleben, ach, wie Litte. Aber da... Und nicht glänzend. Dort, wo sie so machen, die Litwischen sind sehr gut. Die Litwischen sind sehr gut. Ihr schaut zur Hand. Im Internet, wenn es geht, ein Artikel, werden Ihnen... ...die Kommentaren. Ist doch schrecklich zu lehnen. Auf Litwischen. Aber schrecklich. Die sammärgsten Menschen sind Ihnen. Mit was? Sie haben alles, was sie schreibt. Aber alles von Ihnen stammt. Alle Worte, dass sie nicht will. Alle Zollsgehen von Ihnen bei den Päuren. Sie kennen ein bisschen, wegen Ihrer Sprache, Tate Mame, Bobi Seide. Für Wannit? Für welche Schöpfer? Für Wannit weiß ich nicht gut. Für Wannit weiß ich nicht gut. Für die Milchommer, die Mame und die Bope, die lebten in Polnisch. Meine Tante ist gewinnen, eine jüdische Allerke, in den Schorum-Aleven-Gymnasien. In? Schorum-Aleven-Gymnasien in Kovne. In... Weil... Weil, äh... Wie wird sie geheißen, der Lehrer? Tate Mame. Und sie gewinnt eine Lehrerke, bis wann? Sie gewinnt bis zum vierzigsten Jahr. Und im vierzigsten Jahr werden wir geöffnet, wenn wir zwar mal die jüdische, die hebräische Gymnasien in Kovne, wo wir sagen, du machst die jüdische, hat nur eine Riebe geführt. Ja. Und die Eier sind voll genommen von daheim. Ihr seid gewinnt Reisel mit zwei Namen, oder bloß Reisel? Wir haben nur Reisel, nur Reisel. 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 Und viele Rose. Ja. Und Reisel, ihr gewinnt Reiske oder Reisel mit Gerät verziehen? Reisel. 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 Ja. Weil, bei mir hat sie meinen Nomen gegeben, noch ein kommunistischer Rose Luxemburg. Ja. Wie ihr gewinnt dem Tatensfamilie? Levit. Levit. Und der Marmesfamilie? Itzigsund. Ist Itzigsund. Ja. Levit? Und mit gesagt Levit oder Levit auf jüdisch? Das weiß ich nicht. Du weißt? Ich bin doch, als ich jetzt die Hunde habe ich nicht bekommen, und ich bin dann zwei Jahre alt. Zwei Jahre alt. Ein Junge? Ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin, ich bin jüdisch, und nur dort, ich bin von der Stube. Wo ist eine Eier erste Sicherung in Leben? Die Samme Erste Sicherung, was ihr gedenkt von eier? Die Samme Erste Sicherung, was ihr gedenkt von eier? Sie suchten das, dem Salut. Vor ihr haben wir sein Gewände in Almata, und dort, nach dem Gewände, Sieg, in die mir kommen, hat man die Mama, und zur Gesehung von Weitem, hat man die Mama gewiesen, dem Salut. Am Morgen gedenk ich, wenn man sagen, vorne in Liebte. Er ist sehr lang, in die schrecklichen Birnen, hat also in das Gedenk. zwei Wörter, da, im Buch, bei jüdischen, vierer Bramstern, dort schreibt sie, als sie gewähnt, als sie um die Lehrerin gelebt haben, und sie fliegen zu ihren Lehrerin. Das hat er gewöhnt, in das Gefängnis. Sie fliegen, die jüdische, als Studenten, wo sie dort gewöhnt, wenn sie kommen zu den Lehrern. und sie fliegen, dann geht es um die Lehrerin. Das ist ein bisschen zu dem Lehrerin. Das ist ein bisschen zu dem Lehrerin. Das ist ein bisschen zu dem Lehrerin. Vielen Dank.